Norddeutscher Rundfunk Und ich bin jetzt hier wieder völlig ansonsten irgendwo rumgelaufen. Ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen übersehen. Ist mir in den Kommentaren gesagt worden. Oh, jeez. Oh, jeez. Zwei Pfeile und die Teile sind weg. Nice. Lass erstmal gucken. Wo geht es denn hier jetzt lang? Zum Reich des Froschkönigs. Also da waren wir noch nicht drüben. Okay, wir können ohne Probleme wieder nach oben, wenn wir wollen. Hm. Na gut. So viel dazu. Das heißt also, wir müssten hier die Fähigkeit bekommen, diese Barrieren wegzusprengen. Nice. Dann geht es auch mal woanders wieder vorwärts. Okay. Wir marschieren mal kurz hier weiter. Ich sollte echt immer mal wieder ein paar Folgen am Stück aufnehmen und nicht hier zwischendurch abbrechen. Moment, hier unten waren wir gerade. War das das? Ne, 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 ne. Oh, ja moin. Ich wollte gerade sagen, die Leitung ist aber nicht, ähm, da. Oh, jeez. Oh, ho, 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 ho. Da auszuweichen, habe ich es eigentlich nicht verdient. Oh, jeez. Oh, jeez. Ne, ne, das machen wir nicht nochmal. Das hatten wir schon, dass wir hier einfach angeschnetzelt werden. Obwohl, oh, ho, 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 ho. Oh, jeez. Obwohl da eine Wand dazwischen war. Oh, den habe ich jetzt, äh, ha, 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 nicht gesehen. Nice. Woo. Na, du? Der Lord der Türen hat im Alter den Überblick verloren. Wie konnte er es zulassen, dass unsere Türen plötzlich nicht mehr funktionieren? Ja. Bestimmte Türen wurden per Hand geschlossen. Das ist, ah. Nicht unbedingt dem Lord der Türen geschuldet. Aber der Arme. Kleine Erinnerung. Schnitter altern, wenn sie durch eine Tür gehen. Oder beziehungsweise, nicht wenn sie durch eine Tür gehen, aber wenn sie in einem, ja, in einem Areal sind. Und doch, dass sie, oder dass sie durch eine Tür erreicht haben. Ahm. Da sollten wir eigentlich nicht lang, oder? Ne, halt. Das kommt mir nicht bekannt vor. Sollte es mir bekannt vorkommen? Ne. Ist aber nur eine Abkürzung, oder? Äh. Das dachte ich schon. Das dachte ich schon kurz. Wir kommen darüber. Mir wurde auch gesagt, ich kann mit diesen runden Elementen im Boden agieren. Oder interagieren. Mir wurde aber nicht gesagt, wie. Oh, hi. Das war gar nicht persönlich gemeint. Ich passe mich nur der neuen Welt an, die ich erschaffen habe, du und deine Lords. Wer sind denn eigentlich die Lords? Es ist ja schon mal ein Plural. Hast du gesehen, wie es da draus ausschaut? So ein Kuddelmuddel, ein Ödland. Seit deine Kommission das System dichtgemacht hat, kommen kaum noch neue Seelen in die Welt. Saubergemacht, Piepmatz. Arschlecken. Scheißendreck, da stinkts. Ah, der Froschkönig. Es ist auch sehr seltsam, Hochdeutsch zu lesen und dann irgendwas auf Bayerisch zu labern. Das wirkt seltsam. Das müsste man dann im Post machen. Aber ich lasse es jetzt einfach so. Ah, voll rein. Dogi her. Wuhu. Ich glaube, ich will die Waffe wechseln. Hackezack. Oh. Wie geht das gleich nochmal? Nur in dem Menü hier? Oh jeez. Oh nein. Ersoffen. Ich bin elendig ersoffen. Ich bin elendig. Jetzt wieder am Anfang von den... Oh nee. Nein. Oh. Scheißdreck. Aber immerhin ist der Weg nicht allzu weit. Komm. Flop. Oh, es ist die gleiche Welle. Nee, ist es nicht. Oh, nicht schon wieder hier ins Wasser fallen. Nicht schon wieder ins Wasser fallen. Oh. Das war unnötig. Das war doppelt unnötig. Jeez. Okay, einer ist weg. Oh. Und der Kackvogel auch. Was ist... Das ist doch nicht so schwierig mit denen, oder? Nee. Wenn du da zwei drei Tage nicht spielst. Ich sag's euch. Ich muss mir das mal angewöhnen. Spiele einfach mal... Ja. Am Stück aufzunehmen. Das Problem ist aber, je mehr du am Stück aufnimmst, umso besser kommst du ins Spiel rein. Oder, sagen wir mal, du... ...verlierst dann den Bezug nicht mehr zum Spiel. Das Problem ist, dass die Interaktion mit der Community dann... ...ja... ...sehr verzögert vonstatten geht. Oh! Okay, die hauen zweimal zu. Vielleicht sollte ich mir einfach das merken. Zweimal hauen sie zu und dann... ...ist so ein kleines Window open. Tolles Deutsch, ne? Oh. Okay, der haut nicht zweimal zu. Oh, ich hab die Scheißbombe nicht gesehen. Dammit. Nein! 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 Oh, was ist denn das? Das ist doch lächerlich, ist das. Oh! Meine Nachbarn werden sich auch denken, was ist denn heute wieder bei dem Jungen los? Jungen, ne, hier mit 35. Ich bin schon fressig. Ah, quietschen kann er. Quietschen kann er. Okay. Er ist einfach nicht unnötig auf die Fresse kriegen. Hat er gesagt! Hat er gesagt und kriegt gleich wieder aufs Maul. Jetzt hab ich den Scheiß Frostings abgewehrt und hab den Hammer in die Fresse bekommen. Ist das vielleicht die falsche Waffe? Also hierfür sind die, hierfür sind die, ist das Ding gut, weil du da wirklich mit einer Angriffssalve die wegkriegst. Vielleicht sollte ich jetzt gleich bei den Dicken auf den Hammer wechseln. Da bin ich zwar vorher weggewechselt von. Oh! Oh! Ey, Leute. Das ist doch nicht so schwierig. Das kann doch nicht so schwierig sein. Oh! Ich stelle mich aber auch an. Und ich würde das Spiel irgendwann im Livestream nochmal machen mit dem Regenschirm, ja? Ja, ist glaube ich eine sehr gute Idee. Ist eine gute Idee. Vielleicht mit kleinen Schnittis? Äh, kleine, kleine Schnipperlarinos sind jetzt auch nicht da so prickelnd. Oh! Voll daneben. Nee, die Teile bu- Okay, einer ist weg. Okay, Schild ist weg. Oh! Oh! Ich stehe ja schon wieder da. Nicht ins Wasser fallen, what the fucking hell, ey? Jeez! Wies! Oh! Wir verraten für immer, in diesem Kerker hier unten gibt es nichts als Dreck, Unrat und, ach, kleine Frösche. Und tote Krähen. Ich habe euch, äh, ja, auf die Gesellschaft geleistet gerade. Gosh! Okay, es gibt zwei Wege... Ah, halt, es stimmt. Doch, es gibt zwei Wege. Eigentlich drei. Oh, okay. Okay. Erstmal hier. Können wir den gleich noch irgendwo einpflanzen? Ich brauche life! Sind das eigentlich hier? Auch so... Moment. Vielleicht kann man auch mit dem Hammer diese runden Teile aktivieren. Ich glaube, hier ist es nur Deko. Diese Bodenplatten. Oh ja. Pflanzen futtern, danke. So, was muss ich jetzt hier machen? Feuer? Kein Problem. Hey, wir haben es angezündet bekommen. Müssen dafür aber auch die Gegner weg? Oder gibt es hier irgendwo noch... Oh. Alright. Alright. Gut zu wissen. Dankeschön. Der nächste Schlüssel. Das ist auch alles so verwinkelt hier. Können wir euch einfach abfackeln. Na, komm her. Hehehe. Da kommt keine Leiter runter. Gut. Was mache ich dann hier? Aus der Zeit verschwenden. The Frick? Okay, hier geht's. Auch nicht sonderlich weiter. Wir haben jetzt auf der linken Seite zwei... Mh... Oh. Ähm... Zwei Teile. Oh, nice. Von der Tür aktiviert. Das heißt... Die rechte Seite vom Level müsste eigentlich... Das war knapp, dass wir da nicht reingebumst sind. Die rechte Seite müsste nur noch was für uns haben. Zum Beispiel schon wieder hier... Irgendwelche... Arenen. Wenn das... Nice. Oh. Wer ist da? Oh. 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 Treffer! Oh, das war ja einfach... Das war ja easy peasy. Was ist da los? Warum war denn der andere kam so schrecklich? Eingesperrt in einem schmierigen Verlies. So wollte ich ganz bestimmt nicht sterben. Du armer. Du armer. Okay, wir haben noch einen Schlüssel parat. Und geht's rechts noch weiter? Na gut, dann da unten lang. Warte, hier waren wir auch schon ausgiebigst. Ha. Na gut. Oh, leck mich doch. Es ist... Ich geh mal kurz zurück und heil mich. Oh. Da war doch da oben links ein Topf, oder? Oh, nein. Hier. Ah. Oh, jeder. So unnötig. Aber wenn wir da ganz durchlaufen... Moment. Können wir mit? Okay, nee. Das hat nicht auf uns geschossen. Wieso, wie sieht uns das nicht an? Muss ich da... Hm. Hm. Ah, komm schon. Ich will gucken, ob wir die Wand da oben schon so weg sprengen können. Äh. Okay, ich glaube, ich habe es getroffen. Komm schon. Mist. Ja, ist wohl nicht so gedacht, dass man das macht. Na gut. Dann machen wir das, was wir... ...halbwegs können. Sachen zertrümmern, in irgendwelche Richtungen laufen und keine Ahnung haben, wo wir eigentlich hingehen. Ha. Hätte ich mal gar nicht zurücklaufen müssen, um zu heilen. Okay, dann... ...haben wir das hier auch schon hinter uns. Da waren wir drin. Gibt es dann da drüben noch eine verschlossene Tür? ... ... ... ... Mh... ... Ach stimmt, da könnte man oben raus. Aber ob das jetzt... Hm. Gab es hier noch eine verschlossene Tür? Ja oder ja? Ich tippe mal auf Nein. Oder? Die Musik ist auf jeden Fall super. Ach, wir sind wieder ganz am Anfang. Alter, wo ist denn die... Ach nee, warte. Ach, jetzt sind wir hier? Da, wo ich mir vorher gewundert habe, warum es da nicht weiter geht? Tschüss! Ich habe einen Schlüssel und weiß nicht, wohin damit. Kannst du mir das nicht erzählen? Nee, du sagst nur, ich habe ungeaufsehen. Neben der Städter. Es sugert mich nach Seelen. Ja, ist klar. Aber irgendwo... Muss es doch noch eine offensichtlich... Oh! Verschlossene Türgebung. Und ich habe sie gefunden. Oh. Da komme ich aber noch nicht so wirklich hin. Was ist denn? Hm... Da geht es hier durch. Kann man das doch schon irgendwie machen? Kann man die Blume mit dem... Feuer überhaupt aktivieren? Geht, aber wieso... Moment. Geht das durch die Blume... Ja, das geht hier auch durch. Aber wieso funktioniert das denn nicht, wenn ich das von... Ein bisschen weiter weg mache? Da! Hat sie funktioniert. Okay, jetzt hat es funktioniert. Komm schon, komm schon, komm schon. Das gibt es doch nicht! Fuck! Na? Leck mich doch am Hammer! Warum willst denn du nicht? Oh, leck mich! Wir treffen die Scheiße doch! Hallo! Ach, wir können uns auch hier einfach hochheilen. Äh, oder... Hoch... Mann an! Ey, das ist doch... Das ist doch beschiss. Das ist doch Huren... Hurenabfuck... Dreckiger Huren... Okay, ich lass das. Gibt's doch nicht! Und die Scheiße kannst du auch nicht nach links reinballern. Mann! Das ist nicht die letzte Lösung. Moment, war ich eh schon? Ohhhh... Scheinbar nicht! Ah, jeez! Oh! Vergessen, dass er zweimal zuhaut! Sind die Spinnen wieder die letzte Bastion? Tatsache! Alright! Und ich irre hier rum! Und hier ist die Antwort! Und hier ist die Antwort! GASCH! Alle Wege aus diesem Kerker sind versperrt! Und die Tür zurück ins Büro ist ebenfalls abgeschlossen! Wir sind hier gefangen! Du bist nicht mehr hier gefangen! Mach's gut! Lebe... Wohl! Oh Mann! Hätte ich jetzt nicht so viel Zeit damit verplempert irgendwo rumzulaufen! Wir pflanzen ihn da mal rein! Hätte ich nicht so viel Zeit verplempert! Hätten wir ohne Probleme den Boss in die Folge noch mit reinnehmen können! Machen wir das trotzdem? Ah, so vier Minuten? Ja, ich glaub wir machen das trotzdem! Ähm... Wenn ich den Weg zurück finde... Da oben? Ne, halt! Was? Was? Wo muss ich denn hin? Ich will nicht zur Waldsiedlung! Ich will nicht zur Waldsiedlung! Ah! 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 Oh nein! Ich kenn mich doch nicht aus! Ich bin hier völlig falsch! Wieso? Wieso schickt mich die Scheiße denn da auch zurück? Oh, warte mal! Hier ist so ein, ähm... Ne, wir können da immer noch nicht mit so agieren! Ich dachte mit den Runden teilen können wir schon! Mit dem Regenschirm? Ne, nicht wirklich! Oh! Können wir es anbomben? Vielleicht! Nope! Ah! Ich habe absolut keine Ahnung wo ich hin soll! Also ich weiß wo ich hin soll, ja aber... Tschiiiis! Dass mich die Kacke aber auch an einer unmöglichen Stelle rauswirft! Ah! Das ist wieder so typisch ich! Tut mir leid! Es tut mir leid! Gar nichts dafür! Oh, ne! Ich mach das ja nicht mit Absicht! Da geht's rein! Ah! Wieder mal hier! Alle Zeit verschwendet die wir hatten, ne? Komm! Wir machen das jetzt trotzdem noch! Ach und das ist auch nicht der richtige Eingang! Damn! Ich wäre fast an Runden gelatscht! Okay, bevor ich das jetzt vergesse... ...switchen wir mal die Waffe raus! Hallo! Sei auf der Hut leben der Schnitter! Kein Problem! Mioow! Mioow! Da ist ne Barriere! Lernen wir jetzt wie man die Barrieren weg macht! Oh, bitte sag mir das! Wieder ne Mimik! Ja! Hup! Haha! Nice! Da hat der Vogel sich schon... ...versucht zu verstecken! Oh, schon einer aufs Maul gekriegt! Oh, die hab ich auch schon ewig nicht mehr gesehen! Oh, die hab ich auch schon ewig nicht mehr gesehen! Das ist erst die erste Phase! Danke! Oh, wir sind so am Arsch! Warum... Warum konnte ich hier grad nicht schießen? Sag mal, er ist aber auch ein bisschen... ...heftig drauf, was sein... ...seine Pfah-Elle angeht, ne? Er, er, er schießt echt schnell! Okay! Wir switchen die Waffe! Erneut! Mioow! 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 Es ist zwar jetzt nicht der Boss, aber... ... ...ich, vollidiot! Ich hab grad versucht, die Bombe wegzuschlagen! ... Oder sagen wir lieber Granate! Oh! Der ist noch gar nicht... Oh! Ich bin das so gewöhnt gewesen gerade, dass du mit, ähm... ...leck mich doch! Ich war das jetzt schon so gewöhnt, dass du mit dem Hammer... ...einmal zuhauen musst... ... Oh! Leute! Wenn das nicht gleich funktioniert... ...gucken wir uns das jetzt nächste Folge an! Einen Versuch noch! Einen Versuch noch! Lächerlich! Mimo mich selbst! Mimo an mich selbst! Du hast keinen Hammer in der Hand! Grapp! G Ach! Okay, ich bleibe jetzt mal hier oben, mache als erstes diesen Kack-Vogel hier weg und kicke aufs Maul wie Sau. Oh, in der Luft weggefetzt. Nicht er da hinten. Toll. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es hier weiter geht. Macht's gut, bis dann und ciao.